Die Macher von Edna bricht aus und The Whispered World präsentieren ihr neues Meisterwerk, den Adventure Thriller A New Beginning. Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten. Wir sind mit drin. Wir schreiben das Jahr 2500. Die Menschheit steht am Abgrund. Der Klimawandel fordert seinen Tribut. Die Erde ist unbewohnbar. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Unsere Zeit ist abgelaufen. Um die Geschehnisse zurückzudrehen, wagt ein Team von Spezialisten einen riskanten Zeitsprung. Zeitsprung initiiert. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Hallo. Quadi. Sag Hallo zum Jahr 2050. Schließ dich der ungewissen Reise in die Vergangenheit an. Ben Svensson? Was wollen Sie von mir? Und verhindere die drohende Zerstörung der Erde. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Was sind das nur für Leute? So eine Art Öko-Terroristen? Doch Vorsicht! Nicht alles läuft nach Plan. Aber es ist noch nicht zu spät. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Nur du kannst die Welt vor dem Untergang retten. Du hast Editen. Cherry Broadball ist ein wenig mit Top50XT. Die Welt vor dem Untergang retten. ries